Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Rundfunk 2021 Der kommt in die Mauer und da ist die Möglichkeit ... und es ist ein Riesentor! Ich würde behaupten, er muss jetzt seine Linie finden denn ich finde manche Fouls hate Erregistrer extrem hart und manche dann wiederum nicht Gegen 1, gegen 2, vorbei, Tor Ja, das ist es! Das ist das 1-1 Super Kombination hier Ja, ja, ja! 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 Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! 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 Ja, ja! 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 wir mal eine freie Minute für die Auswechselspieler beider Mannschaften. Auf der Ersatzbank des ETSV sitzen mit der Nummer eins Samuel Graudens, die Nummer drei Kelvin O'Gara, die vier Tyorben Upov mit der neuen Antonij Virenac. Aber warten wir mal jetzt kurz hier ab, denn da liest man einmal die Auswechselbank vor und schon fällt das Tor. Kelvin O'Gara mit dem Versuch eines Stöckpasses ins Zentrum allerdings. Konnte er vorher noch geblockt werden, die Variation ist aber immer noch nicht durch. Jetzt kommt der Ball über rechts zu Zimmermann, der mit einer schönen Drehung das 2 zu 0 macht. 3 3 4 6 3 4